Hallo zum Sprechwerker-Blog. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um Fingerspiele und wir starten gleich mit einem, das ist mein absoluter Renner, den ich immer gerne mache. Ich glaube, du magst ihn auch ganz gern, Karin. Pim und Pam. Ja, ich wusste es, dass er kommt. Ja, siehst du mal. Ganz einfach. Also wir brauchen eigentlich nur unsere zwei Daumen. Das ist der Pim und das ist der Pam. Pim und Pam, die beiden, die können sich gut leiden. Sie wandern und wandern einer mit dem anderen zur Stadt hinaus. Und dann drehen sie wieder um und wandern und wandern einer mit dem anderen zurück nach Haus. Und jetzt, jetzt steigen sie und schaut nur wie Pam auf Pim und Pim auf Pam. Pam auf Pim und Pim auf Pam. Pam, 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 Pam. Oh je, oh je, da wird ihnen schwindelig. Hoffentlich geht das jetzt noch aus. Ja, fürchterlich. Pardauf, da fallen sie in den Dreck. Und Pim und Pam, die laufen weg. Also ich habe das nie nur einmal gemacht. Wenn Kinder das sehen, mindestens vier Wiederholungen, oder? Ja, also wie sie halt Lust haben. Also beim ersten Mal gucken sie meistens erst mal und beim zweiten Mal machen sie mit. Und ein drittes Mal geht dann auch immer noch. Klar, Wiederholung ist natürlich das A und O. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Power. Also ich gehe nie unter vier Wiederholungen raus, ja? Echt? Echt? Du musst dir besser anstrengen. Mach du das doch mal. Mach du das mal. Mal gucken, ob du das mitreißen oder was darfst. Ich habe es ja so immer. Ja, mach du mal. Ja, was ist wichtig bei Fingerspülen zu beachten? Also natürlich sollte man selber den Text kennen. Der kann auch natürlich variieren. Hauptsache ihr seid sicher in dem Text. Weil es gibt nichts Blöderes, als wenn euch ein Reim nicht einfällt. Genau. Reimen muss er sich. Reimen. Es sollte sich reimen. Und das animiert die Kinder natürlich zum Mitsprechen und dann haben die Spaß dran. Und wie gesagt, Wiederholungen sind auch ganz wichtig. Warum machen wir Fingerspiele? Erstens natürlich, weil es Spaß macht. Aber es gibt auch den wissenschaftlichen Hintergrund. Die sind super wichtig für die Sprachentwicklung. Wie schon gesagt, Reimen sind wichtig. Dann der Wortschatz wird vergrößert. Die Sinne werden angesprochen durch das Zuhören, durch das Nachahmen, durch das Nachsprechen. Und die Kinder kriegen auch ein großes Selbstbewusstsein, wenn sie das schaffen, das auswendig zu lernen und mitzumachen. Also das ist eine tolle Sache. War nicht was mit linker, rechter Gehirnhälfte? Das war auch noch. Genau, weil du natürlich je nachdem, welches Fingerspiel du machst. Aber wenn du Fingerspiele machst, die über Kreuz gehen, dann wird natürlich auch die linke und rechte Gehirnhälfte angesprochen. Und wenn wir jetzt schon bei der Neurowissenschaft sind. Geh mal voll. Also es ist natürlich so, dass die Forschung davon ausgeht, dass Motorik und Sprachentwicklung eng zusammenhängen. Und dass das Zentrum für Sprachentwicklung, das liegt einfach im Gehirn, verortet neben dem für die Motorik. Und die haben ganz offensichtlich ganz viel damit zu tun. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass Kinder, die ganz flexibel ihre Finger bewegen können, auch fitter in der Sprachentwicklung sind. Ja, dann. Ja, also wir haben auch noch die wissenschaftliche Hintergrundinfo und Legitimation, Fingerspiele zu machen bis zum Abbrechen. Aber eine Schwierigkeit gibt es, zumindest habe ich die immer. Wenn man dann den Reim hat, ist ja meistens nicht so hochkomplex. Ja, so diese fünf, sechs Sätze. Man muss sich ja immer diese Bewegungen dazu merken. Und da finde ich es schwierig, weil diese Buchanleitungen mal gut und mal nicht so gut, beziehungsweise muss man schon ziemlich mitdenken, was denn da jetzt eigentlich für eine Bewegung gemeint ist, wenn man bloß ein starres Bild sieht. Du hast doch da so eine Idee gehabt, wie man sich das, oder dass man das on the fly mit entwickeln kann. Na ja gut, also ihr braucht eigentlich gar nicht euch Bücher kaufen. Vielleicht machen wir einfach mal ein Beispiel und gucken mal, was rauskommt. Hast du Lust, Karin? Ich habe mich jetzt ernsthaft als Testperson zur Verfügung gestellt. Ich kenne das jetzt nicht und werde, während sie erzählt, versuchen, irgendwas dazu zu machen. Genau. Ich habe mir einen netten, kleinen Reim über eine Elfe ausgedacht, was ganz Kleines, Süßes, Putziges. Und man darf nur mit den Händen und nicht mit Mimikgestik. Ja, mit Mimik wirst du kaum ausschalten können. Aber letztendlich geht es um die Ebene Finger. Also im Gegensatz zum Gestikspiel, wo du mit Ganzkörpereinsatz dabei wärst. Aber ich glaube, dann passen wir hier nicht mehr aufs Video. Also bleiben wir mal hier. Okay. Genau. Also du brauchst ein Elfenkind. Ich sag dir einfach mal den Spruch. Okay. Elfenkind im Schneckenhaus. Meint, es wär verborgen. Kommt ein kleiner Käfermann. Sagt ihm guten Morgen. Nimmt das Elflein bei der Hand. Fliegt mit ihm durchs ganze Land. Okay. Das, glaube ich, sollte man nochmal überdenken. Ja, ich war jetzt auch fies, weil man da natürlich einen Fehler macht, der ganz oft passiert, indem du nämlich den Fingern unterschiedliche Rollen gibst. Und das gibt es natürlich nicht. Also wenn es das Elfenkind ist, dann muss das das Elfenkind bleiben. Und dann geht es ins Schneckenhaus. Vielleicht so oder so. Genau. Und dann kommt der Käfermann von der Seite. Genau. Richtig. Weil dann hast du die Rollen klar besetzt. Weil wenn es so ist und dann geht es wieder raus und ist auf einmal der Käfermann, dann meckern die Kinder. Weil die sind da sehr aufmerksam und sagen, Moment. Also es irritiert die Kinder. Okay. Ja? Genau. Nochmal. Nochmal. Okay. Also Elfenkind im Schneckenhaus. Meint, es sei verborgen. Kommt ein kleiner Käfermann. Sagt ihm guten Morgen. Nimmt das Elflein bei der Hand. Fliegt mit ihm das ganze Land. Bisschen besser, oder? Das ist instinktiv genau so gemacht, wie ich es auch machen würde. Und da sieht man einfach, es gibt bestimmte Bewegungen, die bestimmte Symboliken oder Thematiken für sinnbildlichen. Und die machen wir alle gleich. Also mach mal spontan was verschenken. Genau. Oder dich verstecken. Genau. Funktioniert immer. Ihr könnt ja mal mitmachen. Es sind immer die gleichen Gestiken, die wir verwenden und die können wir natürlich auch aufs Fingerspiel übertragen. Also wenn wir den ganzen Körper benutzen, sprechen wir eher vom Gestikspiel. Macht mal Buchhaltung. Okay. Buchhaltung. Also das ist jetzt auch kein klassisches Thema von Fingerspielen. Damit haben wir heute Nachmittag. Genau. Also achtet einfach darauf, dass ihr die Rollen klar besetzt. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn das Ganze sich eine Bewegung aus der anderen ergibt. Also wenn das nicht so abgehackt ist, keine Brüche hat. Und die Bewegungen sollten halt möglichst naturnah gestaltet sein. Also da müsst ihr euch vielleicht einfach auch mal anschauen, wie fällt denn ein Blatt vom Baum? Oder wie fliegt denn ein Schmetterling? Oder wie sieht denn das aus? Ja genau. Das fällt dann nicht so runter, sondern es schaukelt so runter im Wind. Ja. Und wenn man da so ein bisschen aufmerksam ist und es dann transportiert in sein Fingerspiel, dann ist es eine nette kleine Sache. Die Sache ist wirklich kein großes Hexenwerk. Ihr müsst euch keine teuren Bücher kaufen. Schnappt euch einfach ein Verslein, das euch gut gefällt, das zu eurer Geschichte passt. Und macht das so wie die Karin ganz spontan. Fertig. Aus die Maus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns ja einen Kommentar ausschreiben, was ist euer liebstes Fingerspiel. Am besten mit Anleitung. Dann haben alle was davon. Genau. Viel Spaß beim Ausprobieren. Viel Spaß. Tschüss. 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 Hallo zusammen. Hallo zusammen. Herzlich willkommen wieder bei unserem Sprechwerker-Videoblog. Und Karin? Heute geht es um Fingerspielchen. Also Fingerspiele, nicht Fingerspielchen. Ihr wisst, was ich meine. Für die Kinderversion, ja? Gibt es auch für die Verwärts. Cut. Okay.